Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust habt mit mir gemeinsam den Pure Lame Mahina Club vom Monat November anzuschauen. Also falls ihr Lust habt und auch noch einen richtig coolen Rabattcode haben wollt, bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, bevor ich starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Der Pure Lame Mahina Club, ihr kennt ihn schon von mir, ich habe ihn euch schon öfters vorgestellt. Für diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind und Pure Lame oder den Mahina Club vielleicht noch nicht kennen, Das ist ein Schmuckabo, ein sehr flexibles Schmuckabo, da könnt ihr monatlich euch ein Schmuckset nach Hause liefern lassen und ihr könnt auch immer flexibel wählen, ob ihr jetzt Rosé, Gold, Silber oder eben Gold haben wollt. Da könnt ihr auch rumswitchen, also das könnt ihr in eurem Kundenkonto abändern und ihr könnt euch erstmal für eine Schmuckfarbe entscheiden. Außerdem habt ihr immer noch ein Goodie mit dabei und ja, das ist wirklich sehr schöner Schmuck und ihr habt immer einen viel höheren Warenwert, wie euch das Ganze kostet. Ich habe jetzt einen 20% Rabattcode bekommen, der nennt sich Shikita Sparkling, meine ich. Ich blende euch das auf jeden Fall hier nochmal ein, da könnt ihr 20% auf alle Abo-Varianten sparen. Es gibt verschiedene Abo-Varianten, es gibt das flexible, es gibt aber auch ein 12-Monats- und ein 6-Monats-Abo, da könnt ihr einfach mal gucken und ich meine auch ein 3-Monats-Abo. Ja, da könnt ihr euch einfach mal mit beschäftigen, falls ihr Lust habt. Unten in der Infobox ist auch der Link dazu und da steht auch nochmal mein Rabattcode. Lohnt sich auf jeden Fall immer sehr. Wenn ihr den, das lohnt sich auf jeden Fall immer sehr, wenn ihr auch ein Abo habt und ihr habt keine Lust mehr, ihr könnt das entweder pausieren flexibel oder ihr könnt es kündigen, ihr könnt es auch wieder aktivieren. Da könnt ihr machen, wie ihr Lust habt. Und was ich cool finde, dass man halt eben mit der Farbe ein bisschen variieren kann. Ich bin jetzt zum Beispiel der Silbertyp, trage aber öfters auch gern mal Gold und für mich wäre das dann so sehr wichtig, dass ich die Farbe ab und zu wechseln kann. Und das ist hier auf jeden Fall der Fall. Der Schmuck ist immer sehr schön und hochwertig. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal hier in die November-Edition rein. So sieht das Paket einmal von innen aus, wenn ich das geöffnet habe. Ich gucke jetzt auch gerade das erste Mal rein. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, der Schmuck hat wirklich eine sehr hohe und gute Qualität. Der ist wasserfest. Ihr könnt den beim Sport, beim Schlafen, beim Duschen, beim Schwimmen und so weiter anziehen. Ich habe meinen Piole-Schmuck immer an und da ist noch nie was passiert. Der ist noch wie am ersten Tag. Also für mich von der Qualität wirklich mit der beste Schmuck. Und jetzt zeige ich euch mal. So sieht das einmal aus. Ich freue mich total. Richtig schöne Schmuckpackungen haben wir mit dabei. Ich habe jetzt erst mal ausgepackt. Ihr habt immer so einen Beileger mit drin. Das ist jetzt die Sparkling Star Edition, designt bei Douglas. Das ist die November Edition. Und die ist von X-Later präsentiert. Das finde ich richtig schön. Habe ich schon gesehen. Und zwar präsentiert sie einmal den Schmuck und ist hier quasi das Werbegesicht in diesem Flyer hier einmal drin. Hier seht ihr auch schon ein bisschen was zu dem Schmuck. Ich finde das sehr schön, dass hier immer ein Heft mit dabei ist. Das ist das Hukulele Set übrigens. Und genau, hier kann man auch schon ein bisschen sehen, wie man das Ganze kombinieren kann. Man kann das natürlich auch mit allen anderen Produkten kombinieren. Die man von Pure Lay vielleicht zu Hause hat. Ich würde sagen, ich fange jetzt erst mal mit dem Goodie an. Denn auch diesen Monat bekommt ihr einen Goodie mit dazu. Und das ist ja, weil es in Zusammenarbeit mit Douglas ist, eine Mascara von Douglas. Das finde ich richtig cool. Hier ist auch nochmal ein Flyer mit dabei. Da ist ein Geschenk designt bei Douglas. Ich finde das so toll, dass da auch jeden Monat nochmal irgendwie ein Goodie mit dabei ist. Und das hier ist einfach die Lash Curve Extra Curl and Lifting Mascara. Die schaut so aus und die kommt in der goldenen Verpackung und hat so ein bananenförmiges Gummibürstchen. Die werde ich sehr gerne mal ausprobieren. Die lege ich mir mal hier auf den Tisch. Und hier ist auch noch was dabei auf dem Flyer. Und zwar steht hier drauf, kaufe mindestens ein Douglas Collection Produkt online und erhalte dein Geschenk mit dem Code. Hier ist jetzt ein Code drauf und da bekommt man ein Geschenk an Intensity Eye Pencil Waterproof. Also so ein Kohlkajal, ich kann euch das ja mal rumknicken, so ein Kohlkajal eben in Wasserfest, der aber so ein bisschen breiter ist. Das bekommt man dann dazu. Jetzt fangen wir aber mal mit dem Schmuck an. Ich freue mich total. Ich habe es hier gerade schon im Heftchen gesehen. Ich mache hier einmal auf. Also die Verpackung sieht so, so mega, mega schön aus. Das gefällt mir richtig gut. Und die ist auch anders als sonst gestaltet. Das ist so eine wunderschöne Kette. Ich habe natürlich auch wieder das Silberschmuckset gewählt. Man kann sich das ja auch aussuchen und ich habe mich für Silber entschieden. Das ist einmal die Kette. Das ist die Hokulele Kette und die hole ich gerade mal raus. Die ziehe ich auch direkt mal an. So, guckt mal ihr Lieben. Das ist einmal die Hokulele Kette mit meiner normalen Kette, die ich jetzt anhabe, kombiniert. Passt sehr, sehr schön zusammen. Also ich finde das gerade in Kombi mit einer weiteren Kette sehr schön. Das ist jetzt auf dem engsten. Man kann das auch noch ein bisschen weitermachen. Also eins weiter kann man das stellen. Dann würde die Kette noch ein bisschen tiefer hängen. Je nachdem, was man anhat eben. Bei meinem Oberteil habe ich gedacht, passt jetzt diese Länge. Also die gefällt mir richtig gut. Die ist auch nicht so schwer. Die sieht zwar groß aus und schwer, aber die ist leicht und liegt sehr schön auf. Die Kette an sich hat nochmal so kleine Kugeln mit dran, was nochmal so einen kleinen Akzent setzt. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und dieses Set besteht nicht nur aus der Kette, sondern natürlich auch aus einem zweiten Schmuckstück. Das ist einmal hier drin und das ist ein Armband. Das ist das passende Hukulele Armband. Das sieht auch so schön aus. Das ist quasi dasselbe nochmal vom Band her wie die Kette, nur dass das eben doppelt ist, was ich sehr schön finde. Und da ist so ein Steinchen mit drin. Das sieht richtig, richtig schön aus. Also da sind quasi ein Steinchen und da sind vier Fäden sozusagen dran. Ich finde, das sieht so, so mega schön aus. Dieses Armband kann man, oh, das kann man oft in der Länge verstellen. Das hat quasi eins, zwei, drei, vier Ringe. Das finde ich auch richtig gut, weil es gibt ja auch Leute, die haben ein größeres Handgelenk oder ein schmaleres Handgelenk. Ich habe zum Beispiel ein schmaleres und ich habe ganz oft Probleme, dass viele Armbänder mir zu groß sind leider. Ihr könnt bei Pure Lay auch immer noch Extender bestellen. Das heißt, ihr könnt Ketten sowie Armbänder auch verlängern, wenn euch das zu kurz ist oder oder. Das bekommt ihr dort auch im Shop. Wunderschönes Armband, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir richtig gut getragen. Jetzt habe ich gerade im Hälftchen gesehen, das finde ich auch ganz toll. Wer jetzt noch nicht genug hat von dieser Kollektion, kann sich dann noch die Ohrringe, den Ring und auch das Hukulele Charm für das Charmsammelarmband sichern. Und dann gibt es hier einen Rabattcode 20% und dann kann man sich da 20% drauf sichern. Das ist richtig, richtig cool. Und ja, auch der Ring sieht sehr schön aus. Ich kann euch das ja mal zeigen und auch die Ohrringe. Sieht wirklich schön aus. So, das war jetzt das Set an sich aus dem Mahina Club. Da bekommt ihr, wie gesagt, die Mascara und einmal diesen Waterproof Pencil mit dazu. Und jetzt gibt es ja noch dieses Charmsammelarmband. Da seid ihr immer sehr interessiert dran. Das kommt dann einmal so. Das könnt ihr euch extra bestellen im Shop. Das kommt aber auch in so einer richtig schönen Verpackung jetzt. Und dann legt das einmal hier so drin. Und das ist quasi das Charmsammelarmband. So sieht das aus. Bekommt ihr auch in allen Farben. In Rosé, Gold, in Silber und eben halt in Gold. Und das ist so schön. Ich habe ja auch schon eins. Ich freue mich. Dann kann ich nämlich weiter noch ein bisschen sammeln. Ich trage die sehr, sehr gerne. Und ihr fragt mich auch ganz oft, wenn ich das anhabe, wo ich das her habe. Da habe ich schon drei Charms dran von Pure Lay. Und da könnt ihr immer jeden Monat, das ist so schön, wenn ihr das Abo habt, könnt ihr jeden Monat ein extra Charm dazukaufen. Passend zu der Kollektion, die es eben gibt. Und dann könnt ihr das hier so ein bisschen sammeln. Also ich habe zum Beispiel den kleinen Regenbogen hier dran, die kleine Quast und dann so einen kleinen blauen Stein. Und das ist so schön. Das sind immer ganz süße kleine Charms. Die könnt ihr auch mit an Ketten oder so dran machen, wie ihr Lust habt. Aber ich finde dieses Sammelarmband so, so toll. Da hat man halt auch ein bisschen was von. Auch dieses Armband könnt ihr natürlich in der Größe feststellen. Jetzt zeige ich euch mal eben gerade, weil den Charm habe ich auch hier. Das ist der Hokulele Edition Charme Silver. Der kommt dann hier einmal auch in so einer richtig süßen. Also ich finde die Verpackung diesen Monat so mega schön. Das gefällt mir. Dieses Teil hier kann man nämlich auch gut aufbewahren. Und da kann man dann Schmuck reinlegen. Das ist so eine richtig schöne Schatulle, die man hier hat. Und ja, hier kommt einmal der kleine Charm. Das ist ja auch nur ganz klein, ne. Und ach, ist der süß. Das ist der passende Stein quasi zu dem Armband, was ich anhabe. Ja, und den kann man jetzt einfach hier mit an das Armband dran machen. Ich finde das so schön. Ich finde das richtig, richtig toll. Ich hoffe, dass ich irgendwann das Armband mal voll habe. Und also hier passt ganz schön viel dran, ne. Also man kann hier wirklich gut sammeln. Ja, und dann hat man halt hier, ich habe jetzt in meinem Fall vier Charms dran. Sehr schön. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich werde gleich in den Shop gehen. Mir gefällt diese Kollektion hier so, so gut, dass ich mir die Ohrringe und den Ring noch bestellen werde. Das werde ich safe machen, weil mir gefällt das. Das ist einfach schön, ne. Auch mit diesem einen Stein gefällt mir sehr gut. Ja, auch hier mit dem Armband. Das sieht toll aus. Das werde ich auch direkt anlassen. So, ich finde das immer schön, wenn man so ein bisschen Gebimsel am Arm hat. Also ich mag das, ne. Vor allen Dingen kann ich das im Schwimmbad anziehen und alles. Und da geht nichts kaputt. Ja, also gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Diese Kollektion ist definitiv gelungen. Auch hier mit den Verpackungen und so. Eine richtig tolle November-Kollektion. Ich bin schon gespannt auf den Dezember. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Kollektion findet. Und ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich lasse euch den Link dazu. Und auch ganz wichtig, meinen Rabattcode. Denn ihr könnt 20% auf alle Abo-Varianten sparen unten in der Infobox an. Und blendet euch den auch nochmal ein. Und ihr seid flexibel, ne. Also ihr müsst das jetzt nicht ein Jahr lang haben, wenn ihr da keine Lust drauf habt. Ihr könnt das auch mal zwei, drei Monate nehmen. Pausieren, wieder aktivieren, eine andere Farbe nehmen, wie ihr lustig seid. Und das finde ich cool. Das finde ich super, dass man da auch nicht irgendwie gebunden ist. Man kann das einfach frei entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch meine Präsentation von dem Schmuck gefallen hat. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Schmuckstücke findet. Ich würde mich jetzt verabschieden. Und falls ihr es noch nicht getan habt, lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi.